In unserem heutigen Video soll es um eins unserer wichtigsten Organe im Zusammenhang mit unserer Gesundheit gehen, nämlich unserem Darm. Schon Hippokrates erkannte bereits 300 vor Christus die zentrale Rolle der Darmgesundheit und sagte, der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Und auch Paracelsius erkannte dies bereits zu seiner Zeit und stellt fest, der Tod sitzt im Darm. Und was also bereits vor tausend von Jahren erkannt wurde, wird heute auch endlich von der Schulmedizin und der modernen Wissenschaft durch die Fortschritte in der Mikrobiomforschung nach und nach endlich bestätigt. Denn unser Darm ist nicht nur für die Verdauung und die Aufnahme von Nährstoffen oder Flüssigkeit zuständig, sondern beherbergt auch ein eigenes Ökosystem, nämlich unsere Darmflora, das Darmmikrobiom, welches mittlerweile als eigenständiges Organ betrachtet wird und eine entscheidende Rolle in unserer Gesundheit spielt. So hat die Zusammensetzung unserer Darmflora nicht nur Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit, sondern mittlerweile liefert eine Vielzahl von Forschungsergebnissen Hinweise, die einen direkten Zusammenhang mit den Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas, Diabetes, dem metabolischen Syndrom, Autoimmunkrankheiten, bis hin sogar zu psychosozialen Erkrankungen wie Autismus, Alzheimer, Depression vermuten lassen. In diesem Video wollen wir euch zunächst einen groben Überblick geben über das Thema Darmmikrobiom und in welchem Maße es Krankheit und Gesundheit beeinflussen kann und vor allem welche Rolle dabei unsere Ernährung spielt. Mittlerweile wird der Begriff Mikrobiom oder auch Darmmikrobiom als häufiges Synonym für unsere Darmflora benutzt. Gemeint ist dabei die Gesamtheit aller vorhandenen Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze und Viren und ihrem genetischen Material bzw. ihren Genom. Deswegen der Begriff Mikrobiom. Diese Videoreihe ist so gesehen die Einleitung für unsere Darmsupplements, die jetzt bald auch wirklich rauskommen, weil wir realisiert haben, dass dieses Thema viel zu wenig belichtet wird. Damit haben wir uns explizit wirklich Monate damit auseinandergesetzt, die genauestens Bakterienstämme für genauestens die Wünsche und Bedürfnisse, die ein Mensch quasi hat und benötigt, euch bereitzustellen. Weiter geht's. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass unser Mikrobiom, das gilt hier insbesondere für unseren Darmmikrobiom, gerade in den ersten Lebensjahren von äußeren Einflüssen maßgeblich geprägt wird. Da es in den ersten drei Lebensjahren am stärksten beeinflussbar ist. Und dies wiederum bedeutet auch, dass gerade die ersten Lebensjahre entscheidend sein können, wenn es um die weichen Stellung für die spätere Gesundheit geht. Die Einflussfaktoren mit dem großen Potenzial des frühkindlichen Mikrobioms zu verändern, sind dabei zum einen die Zusammensetzung der mütterlichen Darmflora, aber auch die Zusammensetzung der vaginalen Flora der Mutter, welche zusammen mit der Art und der Entbindung, also ob ein Kind entweder auf natürliche Weise oder per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, die Ausbildung und spätere Zusammensetzung des kindlichen Mikrobioms am stärksten beeinflussen können. Aber auch das Stillen mit Muttermilch oder auch die Gabe von künstlicher Formularnahrung haben auf die spätere Entwicklung entscheidende Folgen. Kinder, die vaginal entbunden werden, entwickeln beispielsweise eine andere Darmflora als Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, was langfristig gesehen von großer Bedeutung ist. Sieht man sich die steigenden Zahlen von geplanten und medizinisch nicht notwendigen Kaiserschnitten an. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Art der Entbindung, dem kindlichen Mikrobiom und später auftretenden Erkrankungen vermuten. So wird zum Beispiel ein Zusammenhang vermutet zwischen Kaiserschnitt und späterem Übergewicht sowie Zylokelim und weiteren immunologischen Erkrankungen. Aber auch Stillen und die Darmflora der Mutter haben eine große Auswirkung auf die Entwicklung der kindlichen Darmflora. Denn die einzigartige Zusammensetzung der Muttermilch fördert die Etablierung einer optimalen frühen Darmflora des Kindes. Eine Schlüsselrolle spielt dabei sogenannte Humane Milch-Oligosaccharide, bestimmte Zucker sind das, die es nur in der menschlichen Muttermilch gibt. HMO fördern als Präbiotikum, das Wachstum bestimmt haben, Bifidobakterien und können zusätzlich pathogene Erreger beseitigen und fördern so die Entwicklung eines gesunden Immunsystems. Auch die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems werden mittlerweile mit einer veränderten Darmflora in Verbindung gebracht, die bereits im Kindesalter entstehen kann. So zeigen beispielsweise über die Hälfte aller Kinder mit autistischen Störungen Veränderungen in zündliche Prozesse in der Darmflora. Gleichzeitig liegen Daten vor, die zeigen, dass es womöglich einen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Autismus und dem Stillen geben könnte. Unterstützt wird diese Vermutung durch neueste Interventionsstudien, in denen autistische Kinder mit Probiotika behandelt wurden. Es zeigte sich, dass durch die Gabe von bestimmten probiotischen Bakterien, wichtig ist immer, bestimmte probiotische Bakterien, das war uns ganz wichtig in der Entwicklung unserer Produkte, über einen relativ kurzen Zeitraum von nur vier Wochen bereits einige neurologische Symptome verbessern konnten. Daraus können wir schließen, dass der Einfluss unserer Darmflora auf unsere körperliche und psychische Gesundheit so weitreichend und großenteils nicht vollständig verstanden ist und wir bisher lediglich an der Oberfläche gekratzt haben. Was wir aber sicher wissen, ist, welche Rolle unsere Ernährung dabei spielt. Denn was, wie und sogar wann wir essen, bestimmt auch welche Mikroorganismen wir in unserem Darm haben und wie unsere Nahrung verstoffwechselt wird. Leider ist es so, dass unsere Ernährungsgewohnheiten, auch die Qualität unserer Nahrung in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahrzehnten, dramatisch sich verändert hat und zwar nicht zum Guten. Und diese veränderte Ernährungsweise hat auch dramatische Folgen auf die Zusammensetzung unserer Darmflora. Die Folgen sind alle möglichen Formen von Zivilisationskrankheiten. Um das Ganze zu verdeutigen, schauen wir uns hier einmal an, wie sich unsere Ernährungsgewohnheiten im Laufe der Evolution verändert haben. Basiert auf der Beobachtung heutiger Indigan lebender Völker wird mit stärker Wahrscheinlichkeit angenommen, dass die Hauptnahrungsquelle der ersten Menschen zum größten Teil aus roher pflanzlicher Nahrung bestand und Fleisch nur in kleinen Mengen konsumiert wurde, da es weniger gut verfügbar war. Die Vergleiche der Darmflora von ursprünglichen lebenden Völkern Afrikas mit der Darmflora europäischer lebender Kinder unterscheidet diese These dadurch, dass das Mikrobiom dieser Völker hauptsächlich aus Mikroorganismen besteht, deren Stoffwechsel auf die Verdauung von Ballaststoffen spezialisiert ist. Sehr interessant, bei einer dieser Studie zum Beispiel, dass die Darmflora der untersuchten afrikanischen Kinder vermehrt aus Bakterien besteht, welche sogenannte kurzkettige Fettsäuren bilden. Das kennen vielleicht viele schon, bei Videos habe ich bereits schon zu Genüge thematisiert, die als Stoffwechselprodukt durch Fermentation und unverdaute Ballaststoffe entstehen. Und wenn man hier der linken Grafik erkennen kann, präsentieren die schwarzen Balken den Anteil von kurzkettigen Fettsäuren der afrikanischen Kinder, welche mehr als doppelt so hoch ist, wie die der europäischen Kinder. Und genau diese kurzkettigen Fettsäuren spielen eine extrem wichtige Rolle für den Erhalt unserer Gesundheit. Sie haben einen schützenden Effekt auf die Darmschleimhaut, begünstigen das Wachstum von Bakterien, die nachweislich einen schützenden Effekt gegen pathogene Erreger haben. Sie regulieren Entzündungsprozesse und spielen eine wichtige Rolle bei der Immunregulation und damit auch eine entscheidende Rolle bei der Allergien- und Autoimmunankrankung, Entstehung oder Verhinderung, Linderung und so weiter. Zusätzlich stimulieren sie die Ausschaltung bestimmter Darmhormone und regulieren das Sättigungsgefühl und die Liste geht noch weiter. Kurzkettige Fettsäuren dienen auch als Botenstoff zwischen der Darmflora und den Nervenzellen des Gehirns, indem sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dort Entzündungsreaktionen vermindern können. Und neueste Forschungen zeigen, dass diese sogar an der Genregulation mitwirken und auch die Produktion freier Radikale sowie den programmierten Zelltod, d.h. die Apoptose entarteter Zellen regulieren können. Unsere heutige Ernährung mit stark verarbeiteten Lebensmitteln, viel Zucker, Fett, wenig Ballaststoffen, der weit verbreitete Einsatz von Antibiotika und übertriebene Hygiene haben dazu geführt, dass sich auch unsere Darmflora stark verändert hat. Im Vergleich zu der Vielfalt an Mikroorganismen, die bei Indigen lebenden Völkern gefunden wurden, haben wir nur noch einen Bruchteil davon in unserem Darm. Vergleiche mit den Völkern aus Tansania und Venezuela zeigen sogar, dass eine westliche Lebensweise bzw. Ernährung dazu geführt hat, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen Spezien regelrecht in unserem Darm ausgelöscht haben. Was das für unsere Gesundheit bedeutet, können wir an dem Punkt noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber wir fangen wahrscheinlich gerade erst an, die Konsequenzen zu erleben. Ich weiß, dass es für viele Menschen eine Herausforderung darstellt, sich gesund und vor allem mikronährstoffreich zu ernähren. Und wir haben oft Stress, zu wenig Zeit. Vielen fehlt tatsächlich auch entweder das Wissen oder die Kraft, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau aus diesem Grund mache ich bzw. wir von purer Zell diese Arbeit, weil wir für alle Menschen einen Mehrwert bieten wollen und euch dabei helfen wollen, ein bestmögliches, gesundes und glückliches Leben führen zu können. Dabei wollen wir euch mit unseren Produkten unterstützen. Neben einer gesunden und ausgewogenen, ballaststoffreichen Ernährung gibt es daher zusätzlich noch die Möglichkeit, unsere Darmflora mit präbiotischen Stoffen zu unterstützen. Präbiotika wie Inulin oder Turpinamur werden definiert als unverdauliche Lebensbestandteile, die den Wirt günstig beeinflussen, indem sie das Wachstum und oder die Aktivität einer oder mehreren Bakterienarten im Dickdarm gezielt anregen und somit die Gesundheit des Wirtes verbessern. Diese präbiotischen Ballaststoffe fördern die Bildung von kurzkältigen Fettsäuren, sie stimulieren das Wachstum von nützlichen Lactobacillen und Bifidobakterien und helfen dabei indirekt bei der Erhaltung einer vielfältigen und gesunden Darmflora. Eine weitere und effektive Möglichkeit, die Darmflora zu unterstützen, vor allem wenn bereits chronische Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Allergien bestehen, sind Präbiotika. Präbiotika werden definiert als lebensfähige Mikroorganismen, die, wenn in außenreichender Menge eingenommen werden, einen gesundheitsfördernden Einfluss auf den Wirtsorganismus haben. Der Einsatz von Probiotikern wird mittlerweile als therapeutische Maßnahme bei vielen Krankheiten sogar empfohlen. Dazu gehört eben chronische Entzündungen, Darmerkrankungen wie Colitis oder einem Reizdarmsyndrom, auch allergische Erkrankungen oder Antibiotika-induzierte, Durchfallerkrankungen und so weiter. Und viele Studien zeigen mittlerweile eindeutige Ergebnisse und vielversprechende therapeutische Einsatzmöglichkeiten von präbiotischen Bakterien sowie präbiotische Überlaststoffe bei vielen chronischen, entzündlichen Erkrankungen, angefangen von Autismus, Alzheimer, Depression, Übergewicht, Diabetes sowie Allergien und Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Akne. Wir werden in Kürze genau zu diesem Thema eine eigene Videoreihe starten, in dem wir spezifisch auf die Studienlage für die Erkrankungen eingehen und zeigen euch, welche speziellen probiotischen Bakterienstämme dabei für einen therapeutischen Einsatz geeignet sein könnten und welche nicht. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen. Nur einen Daumen nach oben. Schaut sehr gerne auf purerzell.de vorbei auf meinem Online-Shop, um mich, meine Arbeit, um ein Team zu unterstützen. Mit dem, was wir tun. Bis gleich auf purerzell.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik